Hallo zu einer neuen Folge von ReptilTV Hier mein hübscher kleiner Intro-Teo Ein roter argentinischer Teo, Tubinambis Rufeszenz Mittlerweile heißen sie jetzt Salvator Rufeszenz Hübscher, besonders roter, viele sind relativ rot Der ist jetzt besonders schön rot, finde ich Ihr wisst, ich bin ein alter Teo Fan Es sind einfach super schöne Tiere, sind immer recht brav Ich halte sie für relativ intelligent Sie erkennen den Pfleger schon richtig Also ich bin echter Teo Fan Deswegen mal wieder einen roten Teo hier als Intro-Tierchen Einfach um euch zu zeigen und euch an dieser Augenweide teilhaben zu lassen Aber das Thema heute ist etwas ganz anderes Und zwar die Haken-Nasen-Nattern Um diese hübschen Tierchen geht es hier Das ist eine westliche Haken-Nasen-Natter Heterodon nasicus Die Haken-Nasen-Nattern kommen vom amerikanischen Kontinent Da gibt es die westliche, dann gibt es eine östliche Dann gibt es eine südliche Haken-Nasen-Natter Aber für die Terraristik die interessante ist die westliche Haken-Nasen-Natter Weil sie einfach von der Pflege, von der Haltung, von der Ernährung Für die Terraristik am geeignetsten ist Die Tiere sind von der Größe her, bekommen sie eine sympathische Größe Also sie werden nicht übermäßig groß Die Männchen sind bei 50 cm schon Schluss Oder die werden bis 50 cm Die Weibchen können bis knapp 1 Meter werden 70, 80 cm Also ein Weibchen mit 1 Meter ist schon wirklich ein großes Tier Es gibt Rekordtiere mit über 1 Meter scheinbar Selbst ein Weibchen mit 1 Meter ist schon ordentliche Größe Also die meisten so 70, 80, 90 cm werden die Ich habe euch hier mal so ein Haken-Nasen-Nattern-Terrarium aufgebaut Kommen wir gleich zu den Haltungsrichtlinien In Deutschland ist einmal 0,5 x 0,5 die Haltungsrichtlinie Also einmal Körperlänge vom Tier Das Terrarium hier hat 65 cm Das heißt hier darf eine Haken-Nasen-Nattern bis 65 cm rein Sprich ein Männchen oder ein kleineres Weibchen Wenn ihr jetzt ein Weibchen habt mit 80 cm, 90 cm Dann ist das laut den deutschen Richtlinien schon etwas zu kleines Terrarium Für Jungtiere und Männchen passt das in der Größe so Von der Einrichtung als Bodensubstrat Ich habe früher Sand verwendet bei Haken-Nasen-Nattern Aber die letzten Jahre habe ich den Eindruck gehabt Dass sie mit dem Sand gar nicht unbedingt so gut klarkommen Seit einigen Jahren verwenden wir so Holzeinstreu Das ist so Aspen Das Aspen Allround-Einstreu Was wir für die Haken-Nasen-Nattern verwenden Ich habe auch mit einigen Züchtern gesprochen Meines Wissens verwendet fast jeder Züchter Holzeinstreu Bei den Haken-Nasen-Nattern hat sich scheinbar sehr gut bewährt Also hier dieses Aspen Allround Dann natürlich Wasserschale rein Bisschen eine Wurzel rein Zum einen sieht sie schön aus Zum anderen können die Tiere sich da auch noch drin verstecken Bisschen Grünzeug rein Grünzeug ist eigentlich auch immer mehr ein optischer Aspekt Dass es schön aussieht Dann eine Das ist ein ganz wichtiger Punkt So eine Schlupfbox mit feuchtem Moos drin Das ist jetzt in dem Fall einfach so eine Kunststoffbox Wo wir feuchtes Spagnummoos reingemacht haben Das sieht nicht sonderlich schön aus Ihr könnt statt einer Kunststoffbox natürlich Diese Höhlen mit dem Magnetdeckel Gibt es ja in verschiedenen Größen Demnächst kommen auch kleinere Größen raus Die hier ganz gut reinpassen würden Die wo es aktuell gibt die ganz großen sind Natürlich ein Stückchen zu groß würde ich sagen Für so ein Terrarium Da habe ich gesagt Da kommen demnächst kleinere mit so einem Magnetdeckel Da feuchtes Moos reinmachen Ist wirklich ganz toll für die Haltung Vom Klima her Die Tiere brauchen es am Tag warm Nachts kann alles aus sein Nachts kann es runtergehen auf Raumtemperatur Von dem her ist es relativ leicht zu beheizen Diese neue Art von Terrarien Oder diese Screen-Terrarien Oder Screen-Deckel-Terrarien Sind von dem her ganz praktisch Man kann einfach so einen Lampenschirm nehmen Oben drauf stellen So eine 75 Watt Halogen in der Größe Hier reinmachen Das Ganze 10-12 Stunden anmachen Dann hat es unter dem Strahler Am Tag so an die 40 Grad Im kälteren Bereich hat es knapp 30 Grad Das ist eigentlich so die ideale Terrarientemperatur Wenn ihr so punktuell heizt Wenn ihr ein gleichmäßig warmes Terrarium habt Also über ein Heat-Panel zum Beispiel beheizt Würde ich sagen am Tag Runde 30 Grad Wie gesagt nachts alles aus Macht ihr das so punktuell über eine Lampe Kann es unter dem Spot ruhig 40 oder über 40 Grad haben Und der kühlere Bereich vom Terrarium Hat dann vielleicht so 26-28 Grad Dann ist das Ganze gut beheizt Dazu braucht ihr einen Thermohygrometer Vor allem Thermometer um die Temperatur zu überwachen Wasserschale habe ich schon angesprochen Also so ist ein relativ sporadisch eingerichtetes Hakennasennattern-Terrarium perfekt für eure Tiere Wie ich schon gesagt habe von der Größe Von der Haltung an sich Die optimale Terrarienschlange Theoretisch auch für Anfänger Ein Wermut-Tropfen gibt es Also die Hakennasennattern gehören zu den Trugnattern Die haben hinten Im Rachen haben die zwei Giftzähne Also keine Giftzähne mit einem Kanal Mit einem Kanal wo sie das Gift injizieren können Aber sie produzieren ein Speichelgift Und sie können dieses Speichelgift Über diese hinteren Giftzähne Auch abgeben Also das Erlegen von Beute Ist das wichtig Für uns als Terrarianer Wir wollen sowas natürlich nicht unbedingt Die Tiere sind von Natur aus sehr umgänglich Sehr brav Aber man muss sich eben bewusst sein Dass dieser giftige Speichel oder auch diese Giftzähne vorhanden Das heißt ich würde sagen Die Hakennasennatter ist jetzt nicht unbedingt ein Tier Was ich einem 13-jährigen angehenden Terrarianer empfehlen würde Und auch jeder Terrarianer der das Tier hält Muss sich dessen bewusst sein Unfälle sind ganz selten Dass das wirklich so ein giftiger Biss passiert Ich habe es bei einer Bekannten schon mal erlebt Die hat dann tatsächlich einen dicken Finger gekriegt Oder sogar eine dicke Hand Also das Gift hat eine Wirkung auf den Menschen Passiert ganz selten Passiert in der Regel bei einem Beutebiss Wenn die Tiere den Finger mit einer Beute verwechseln Reinbeißen und dann fangen die auch an zu kauen Also die tun das Gift so einmassieren In die Körperstelle, die betroffen ist So wie sie es eigentlich auch bei einer Beute machen Also ich denke, dass das in dem Sinne keine absichtlichen Giftbisse sind Sondern einfach ein Unfall Wo sie einen Finger oder ein Gliedmaß mit der Beute verwechseln Was ganz praktisch auch zum Hantieren ist Das sind so kleinere Schlangenhaken So ein Pocket Hook oder sowas Die Tiere, das ist der Vorführeffekt Sie sind eigentlich relativ gut so zu nehmen mit diesen Haken Die bleiben schön dran hängen Die sind eigentlich ganz praktisch Auch gerade oder zum Beispiel vor oder nach der Fütterung Sind so Schlangenhaken ganz gut Dass es eben nicht dazu kommt, dass das Tier versehentlich beißt Jetzt in meiner Hand Für mich als Gedächtnisstütze ein albinotisches Tier Bei den Hakenasenattern ist es mittlerweile ein populäres Terrariumtier Das auch viel gezüchtet wird Und deswegen gibt es auch diverse Farbvarianten Mit die bekannteste Und eine der schönsten sind die Albinos Vererbt sich rezessiv Es gibt auch co-dominante Farbvarianten Die bekannteste co-dominante sind vielleicht die Anaconda Farbvariante Oder Anaconda Hocknose Das ist eine co-dominante Vererbung Dann gibt es die Supercondas Die Anaconda ist so eine Fleckenzeichnung Die Superconda geht dann Richtung Streifenzeichnung So gibt es jede Menge verschiedene Farbvarianten Von Hakenasenattern mittlerweile Die auch wirklich populär sind in der Terraristik Das war der kurze Einstieg Nein, zum kurzen Einstieg fehlt natürlich ein ganz wichtiger Punkt Im Terrarium Wasserschale haben wir gesehen Also immer natürlich feuchtes Wasser anbieten Zweiter wichtiger Punkt ist die Fütterung Ihr füttert Jungtiere sowas wie hier Füttert man einmal die Woche Gebt ihr eine kleine Babymaus Am Anfang gehen sie lieber an lebend Aber die lassen sich auch wirklich gut auf Froschtfutter Oder auf tote Babymäuse oder tote Futtertiere umgewöhnen Wie gesagt, als Jungtier wöchentlich füttern Als adultes Tier habe ich ein Weibchen Will ich damit züchten Fütter ich weiterhin wöchentlich Habe ich ein Männchen Oder habe ich ein Tier Einfach als Terrarientier Mit dem ich nicht züchte Dann reicht es sicherlich, wenn ich die alle 10-14 Tage fütter Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist noch die Winterruhe Die Tiere vom Verbreitungsgebiet, wo sie herkommen Also das ist das USA Wird es im Winter ebenfalls kalt Da machen die eine Winterruhe Die Tiere bei kühler Raumtemperatur Also kühle Raumtemperatur heißt so 15-20 Grad Tut man die dann 2 Monate lang überwintern 2-3 Monate, also 10-12 Wochen überwintern In der Zeit wird natürlich nicht gefüttert Macht man die Lichter aus, die Temperatur geht runter Wir bieten weiterhin frisches Wasser an Wir bieten das Versteck an, das wir vorher schon gesagt haben Mit dem feuchten Moos drin Aber ansonsten ist dann im Winter ca. 2 Monate Ruhe vor diesen Tieren Und die Winterruhe ist auch gleichzeitig das, was zur Zucht stimuliert Also wenn wir die Tiere züchten wollen Nach dem Winter tut man die Temperatur natürlich wieder erhöhen Tut die Weibchen versuchen noch gut zu füttern Also gerade dann ist die Fütterung auch ganz wichtig bei den Weibchen Und dann setzt man das Männchen dazu Und die fangen dann in der Regel relativ problemlos das Paaren an Und dann können die Hakennasennattern im Jahr sogar zwei In Ausnahmefällen sogar drei Gelege produzieren Ein großes Hakennasennatternweibchen legt zwischen 4-5 Eiern Also ein kleines Weibchen legt 4-5 Eier Große Weibchen können sogar bis über 20 Eier legen Und das wie gesagt gibt es dann sogar ein zweites Gelege Ca. 4-6 Wochen nach dem ersten Gelege kommt das zweite Gelege Und manche Tiere legen dann sogar ein drittes Mal im Jahr ab Was dann aber schon eher die Ausnahme ist Also von dem her ein Tier was sich auch toll züchten lässt Und wie gesagt dadurch mittlerweile eine der vielleicht nach Königspython Kornnatter Denke ich ist die Hakennasennatter mittlerweile so die drittpopulärste Terrarien-Schlange Die wir in unserer Terraristik so haben Im Terrarium-Wasserschale haben wir gesehen Also immer natürlich feuchtes Wasser anbieten Irgendwie... Das ganze Take machen wir nochmal Das war von A bis Z war das scheiße Das ist gut mit den Theo verkackten Händen einmal durch die Haare Das ist optimal, da halten sie gleich besser Kann man oder lässt sich gut einrichten Ey, ich schwätze einen Scheiß echt Nein, habe ich nicht Scheiße, nochmal Ah, ey, kratt Ja, mach aus Nein, scheiße ausmachen Ja, mach ausmachen Ja, mal einfach ausmachen Ja, Leute Ja, mach ausmachen Ja, mach ausmachen Ja, mach ausmachen Vielen Dank.